Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu 7 days to die ich bin euer son bürer ich habe es wieder gefunden hier stand es am baum ich habe noch mal das video angeschaut und hab dann gesehen wo ich eingebogen bin wo ich reingebogen bin und bin dann noch mal die strecke nachgelaufen also das ist mir jetzt eine leere ich lasse das ding auf der straße schauen wir mal ob wir noch was schönes finden warte mal hier war ich doch schon mal steigen wir mal ab machen erstmal den weg steht da dumm im wege rum ich fahr mal die straße hier oben ich bin mal gespannt wo ich da hinkomme ist eigentlich nur fleisch in den taschen ne machen wir hier mal hoch vielleicht entdecke ich ja hier noch irgendwas nettes schickes nachher geht hier auch schon eine wüste rein oder so man weiß ja nie tank ist ja fast voll würde ich sagen fahren wir einfach mal und äh ich hoffe ich finde noch ein paar rehe oder so oder ein paar schweine jetzt so während der schnellen fahrt ist halt immer so ne sache was zu sehen hier so viele schöne autos die ich noch auseinander nehmen könnte also da ist noch reichlich vorhanden hier geht aber auch keine straße ab ne also wenn ich mir das überlege dass ich das jetzt da wird eine straße ab dass ich das laufen müsste schauen wir mal wo es so geht ah hier ist ein forschhaus alter leckt das das leckt so hier am baum stehe ich weg gehen alter was geht denn hier ab was geht denn hier ab ey so ein bisschen aufpassen hier von allen seiten kommen wir von allen seiten kommen sie da auch schon wieder manometer so na wo seid ihr bleibt mal lieber hier auf der straße na seht ihr wegen solchen leuten hier die auf dem boden einfach nur rumkrabbeln manometer man kommt nicht zum lüten was schon sagen die sterben ey das darf doch wohl nicht wahr sein und gib oh duck tape gib mir doch mal ein paar knochen ey gib mir doch noch ein paar knochen darf doch nicht wahr sein seid doch nicht so geizig hier ihr habt doch so viele knochen im körper könnt ihr mir doch mal einen abgeben hier so das essen wir mal gleich den ach jetzt droppe ich den noch na egal egal so wie ist mein minibike das werde ich nicht vergessen oder diesmal hoffentlich mich daran erinnern ach ja so ein fortschäuschen das ist doch auch fein für den anfang so das ist nämlich immer geil hier im bücherregal was leer ist ach ja was haben wir denn hier komm nix oh antibiotika da hat sich das doch schon mal gelohnt den kleinen abstecher hier da hat sich auf alle fälle gelohnt ein tank top ich glaube ich habe gar nichts darunter ne ne nehm ich das mal mit ach komm behalt deinen doofen football helm ach ja schönes häuschen echt schönes häuschen echt schönes häuschen oh moment so machen wir nix noch ein bisschen wasser das ist doch schon mal nice ein bisschen ist gut ne ganze ecke und die sollte das ziel nicht oh oh hallo so komm ran hier gib mir dein fleisch ich brauche es pick damit ähm was kann ich nicht gebrauchen das futtern wir auch noch schnell das brauche ich ja nicht unbedingt was haben wir denn noch achso das war schon alles gab es keine Knochen aber ordentlich Fleisch gab das so Minibike auf ein neues ich muss nicht suchen kommen das ist aber auch also ich das hasse ich ja hier so an diesem Biom hier warte mal hier vorne war das ne na guck mal ey das siehste kaum das siehste kaum das Ding am besten ist das Ding echt nicht mitzunehmen so schaut euch das mal an wie viel wir haben total genial so ansonsten haben wir alles rappelvoll bis oben hin ich würde mal sagen ich düse jetzt ach das interessiert mich eigentlich was da oben ist aber wir müssen das machen wir nach der Horde ich muss jetzt hier meinen Zeitplan einbehalten der geht sich halt da drin ist das halt nicht vorgesehen am nächsten Tag kommt die Horde da muss ich fertig sein wo geht's denn jetzt wo ist denn mein Ziel jetzt oh 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 bleib hier ja jesch jesch komm 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 bist du na warte ich nehm ich noch mit wo ist er denn jetzt ach da da ist er na boah Leute dann haben wir jetzt erstmal massig was ist denn hier schon wieder los äh komm das brauche ich nicht das essen wir und dann können wir das nämlich einsammeln hier weg 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 so hier am Wegesrand da wo mein Minibike stand oder auch nicht wo ist es denn da also mit dem Ding bin ich heute echt auf Kriegsfuß ich bin ja neugierig was links rum ist aber wir fahren jetzt erstmal wieder nach Hause beziehungsweise zur Wasserquelle und dann werden wir mal ein bisschen vorbereiten ach schade hab ich nicht erwischt werd ich gerne noch erwischt ja Horde 35 Mann 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 wir brauchen auf alle Fälle noch Munition Repair Kits von daher brauche ich das Wasser und da müssen wir mal schauen ähm ich muss noch ein paar Spikes setzen das ist halt alles so ne Sache oh mein eben hier Shikudilaki ausweichen kürzen wir mal ab ja der Landschaftsgenerator an manchen Stellen naja ich weiß nicht warum sie den verändert haben der lief eigentlich in der Alpha 13 meiner Meinung nach super am Anfang und dann gab es da irgendwelche Clusterprobleme also ich hab da nichts bemerkt bei mir beim Spielstand erst als sie den umgeändert haben und ich neu starten musste zu 13 6 da war das dann natürlich ein bisschen blöd aber was willst du machen was willst du machen guten Tag ja genau du ich das Schwein durch so gib mir dein Bestes dein Fleisch tsch tschüs tschüs so so was hat der so ein Lüber gelernt dann Dinge hier abstellen So, das packen wir da noch hin. Dann bin ich diese stinke Masse los. So, bei mir fällt gerade ein Motorrad des Grauens vorbei. Oder ein Moped des Grauens. Ich hoffe, das hört man nicht. Sag mal, sind die immer noch hinter mir her? Die kommen da immer noch. Jo, Tatsache. Da ist auch einer. Jetzt bin ich wieder undetektet. Sensed. Aber wovon? Wovon frage ich mich? So, ich schmeiß das mal alles um hier. Äh, die, 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 die. Und dann, dass wir alles haben in der Hand hier. Pum, pudum, pudum, pudum. Das und das. Könnte ich mir rein theoretisch sogar neue Forges bauen. Ist es nicht schön? Ist es nicht schön? Und so. Das arme Ding wird jetzt gut leiden. So. Komm mal voll. Nehmen wir den nächsten. So. Na komm. Och, ernsthaft. Das ist eine Glas. Mich würde ich jetzt hier nicht überrascht, ey. Das wäre natürlich... Das ist ein Nonplusultra. So. So. Wunderbar. Haben wir das. Wasser holen extrem hier. Nein, nicht trinken. Na komm. Also manchmal ist das auch echt kurios. So. Machen wir mal ein schön Screenshot hier. Damit wir auch was haben. Ich vergesse das meistens immer. Und dann bin ich auch am überlegen. Scheiße. Was nimmst du denn für die Subnails? Musst du was Schönes machen? Jetzt guckt doch keiner dein Video an. Wie ganz kacke aussieht. So. Wunderbar. Na komm. Hier haben wir noch eins übersehen. Und hier... Rennt doch irgendwas rum. Warum hat denn der das jetzt nicht gefüllt? Ich hab das doch... Der hat doch schon die Animation gemacht. Ja, genau. Getrunken. Und? Hab ich schon Durchfall? Ne, ich hab keinen Durchfall. Uiuiui. Ich hab eine gute Gesundheit scheinbar. Ich hab eine gute Idee. Da 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 da. Home Sweet Home. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Tja, ja. Tja, ja. Da kommen wohl der Sack doch schon mal näher, ja. Huuuhu. Huuuhuhu. Huuuhu. Um, 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 ja. Die bringen wir erst mal rein. Oh, schön mit dich. Ich hasse es jetzt schon. Ich hasse es jetzt schon. Was hab ich mir dabei gedacht? Was hab ich mir dabei gedacht? So, dann machen wir mal. Verarbeiten wir das Ganze mal zu Water. 210 dauert... Schlappe 17 Ingemin... 17 Ingeminuten. Das wär schön, 17 Ingeminuten. 17 Minuten Real-Time. Oh. Hm. So. Alles mitnehmen hier. Knüppel aus dem Sack. Knüppel aus dem Sack. Guck mal, ich geh doch jetzt hier... Total mittig. Warte mal, ich geh mal den in der Hand. So, jetzt geh ich mittig. Dürfte doch... Nichts passieren. Ja, dann passiert auch nichts. Boah, das hasse ich jetzt schon. Das hasse ich ja jetzt schon. Da muss ich mir was einfallen lassen. Das mag ich nicht. So. Dann meine Essenskiste. Machen wir mal... Das jute Fleisch da rein. Was haben wir denn noch? Die Knochen. Stelle ich... Nee, Quatsch. Die Knochen waren da gar nicht. Die hab ich... Im anderen Fach. Cornmeal packe ich hier mal zu. Cornseeds. Na, hallo. Hey, manchmal ist das echt... Echt für den Arsch! Muss ich ja mal sagen. Echt für den Hintern. So, was haben wir denn hier? Nö. So, die Pipes hier rein. Da haben wir die Knochen. Ähm. Dann nehmen wir doch mal die Knochen. Und da brauchen wir Wasser für, glaube ich, ne? Schauen wir mal. Hm. Kleber. Ja, Wasser, Knochen. Dann machen wir mal 60 Kleber. Äh. Jo. Wunderbar. Sollen wir mal machen. Wie viel haben wir jetzt hier schon? Haben wir wieder was? Da könnten wir doch die nächsten Kleber anfertigen. Nochmal 25. Zack. Das ist es, wofür ich so viele Bläser auch brauchte. Ja, ich hab ja noch... Ich hab ja noch eine ganze Ecke. Soll er mal machen hier. Hm. Genau. Wenn wir erst mal schauen. Warte mal, ich muss mich... Ich muss jetzt mal eben hier Ordnung schaffen. Das geht doch so nicht. So. Ich blick momentan bei mir noch nicht so wirklich durch, seitdem ich das jetzt sortiert hab. Das ist alles so ein bisschen... Bäh. Jetzt war jetzt alles ordentlich aus, aber... So ein Büro blickt da nicht durch. In der komischen Kleiderordnung hier. So, das packen wir mal. Warte mal, Kopf war hier. Hier waren die Oberteile. Der wird sowieso gleich wieder meckern, dass es heiß ist, weil er jetzt hier am Grillfire steht. So, warte mal, Kleber. Haben wir auch noch ein bisschen Gravel. Die, 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 Gravel da. Packen wir hier unten hin. Ähm, Federn. Müssen wir aufpassen, dass mit der Sprit nicht ausgeht, ne? Also. Viele hab ich nicht mehr hier. 2.000, 6.000, 7. Wird sind das immer 1.000, ne? Dann hätten wir 6, 7, 8. 9, knapp. Oh, viel ist es nicht. So, 15. Aber ich denke mal, das sollte reichen, so viel Kleber. Das sollte fürs Erste reichen. Gehe ich mal stark von aus. Mehr brauchen wir nicht. So, zack. Das haben wir. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen durcheinander. Äh, das, 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 das. Aber ich sehe schon wieder, wir sind doch schon wieder bei 20 Minuten. Dann machen wir am folgenden Päuschen. Und dann werde ich in der nächsten Folge, werde ich mal hier schauen, dass ich die, die, ähm, Bucket of Water in eine Wasserquelle verwandeln kann. Also mal schauen, wo ich die baue. Ich hab irgendwie an draußen gedacht. Mal gucken. Würde mich freuen, wenn ihr wieder zuschaltet. 15 Uhr wieder morgen auf meinem Kanal. Würde mich freuen. Schaltet wieder ein, zahlreich. Danke, dass ihr zugeschaut habt hier. Und, ähm, ja. Gerne dürft ihr mich, ähm, empfehlen. Wäre sehr nice. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, morgen wieder in alter Frische. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.